Alles klar, das war knapp. Wo ist ja mal echt tricky. So, Heilung haben wir. Wir brauchen nochmal wieder Rüstung, wäre nicht schlecht. Hui. Ach, der Pistler hat gepennt. Fuck! Oh nein! Scheiße! Okay, wir müssen... Nein! Scheiße! Da ist doch noch einer! Oh nee! Oh Scheiße! Klauen! Okay. Ja. Okay, ich bin auch raus aus der Zelle. Jetzt muss ich nur noch Wesley irgendwo in diesem Verlies finden. Sobald ich ihn habe, hauen wir von hier ab. Sie haben mich. Das hätte ich nicht erwartet. Kessler, unser Kontaktmann vom Wiesenau. Widerstand sollte im Gasthaus sein. Er meinte, er wisse etwas über den Verbleib der Akte. Muss Wesley finden und hier abhauen. Sobald wir hier raus sind, machen wir uns auf zum Dorf und treffen Kessler. Okay. Ja, wir müssen es erstmal hier raus schaffen. Das ist ja dann... Mist, wir müssen nach vorne hin. Ich komme auch nicht irgendwie nach unten. Was ist denn das Ding? Was ist denn das Ding? Oh, das war knapp, glaube ich. Oh, das war knapp, glaube ich. Das war knapp, glaube ich. Oh. Wo- tincamente... Wo wo- war! Jetzt combined! Wow! Oh, dass du müde! hör doch mal auf zu schießen man kannst doch nicht rennen damit jetzt mit dem scheiß ding warum schießt du denn das ist doch okay rennt von alleine auf jetzt wieder er ist immer noch nicht das kann doch nicht wahr ich glaube ich hab's da hinten rüber so eine scheiße mann der typ der nervt da hinten so so den haben wir auch jetzt einfach von hier hinten wahrscheinlich nicht so 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 Was ist das? Was ist irgendwas? Wo komme ich denn da oben hin? Oh, warte mal, hier. Jetzt haben wir es. Halt klar. Äh, C. Ah, C. Warte mal, jetzt brauche ich ja nicht mehr zäh drücken. Mal ein Wasseneinrichter. Boah, das Spiel geht ja schon wieder gut los. Richtig Schlau, ne? Boah, Alter, Abenteuerlust pur, Dude. Äh, Wasser hat drei Kisten aufzudrecken. Ach, da ist ja noch einer. Oh Mann. Oh. Oh. Damn. okay da warte ich jetzt bis der zurückläuft ohne großartige verluste jetzt mal wieder weg sehr geil sehr sehr geil okay wir haben monat ich denke ach so da konnten wir die jetzt mit ausschalten brauchen wir jetzt natürlich nicht da geht es nicht lang okay wir haben jetzt gesundheit das hatten wir jetzt nicht gebraucht aber haben wir müssen das immer noch unseren kumpel befreien ja 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 ich hätte das gedacht ja das ging schnell würde ich sagen ja da ist ja schon der benzer zur zentrale weiß ich hätte die waffe mitnehmen soll ja ja gas und das geht aber Apparently modeling Ja, das war nicht. Ja, das war nicht. die munition scheint ja wohl noch zu haben jetzt so ein mit ach c c c ach c c und an der reichmann was ist denn los mit dir war ich ein bisschen schwer die steuerung die ganze zeit ist aber geht er jetzt nicht rein und